Okay. So, wir sind nämlich jetzt schon im Spiel drin. Und wie ihr merkt, ich bewege die Maus nur ganz wenig. Und es ist schon... Es ruckelt auch, merke ich gerade. Ruckelt es bei euch? Ich will nicht, dass es ruckelt. Ich kann auch nichts einstellen. Okay. Ne. Oh, ich hoffe, das ruckelt jetzt nicht bei euch. Also OBS ruckelt es ein bisschen. Ich glaube, das Spiel geht auch nicht wirklich lang. Wir haben mir ein Foto. Hallo. Bub und Mutter? Können wir durch? Gnarrt. Ich hoffe, der Ton ist okay. Das gefällt mir nicht, dass es da ruckelt. OBS. Ist es abgeschlossen? Hier stehen noch ein paar Kerzen. Was ist das denn? Warte mal. Wir gehen gleich hin. Und ich will das mal hier gucken. Ich hätte mir eher lieber gerne hier die Briefe durchgelesen. Albert Maxwell. Highland Lakes Avenue. Okay. Das ist wahrscheinlich die Wohnung von einem Mann. Hier fehlt... Hä? You do not have items to use. Hier kommt ein Bild hin oder sowas. Hier fehlt was. Oder so ein Teller. Oh, ich hoffe nicht, dass es ruckelt jetzt. Warte mal. Das wäre echt doof jetzt. Oh, hier. Warum ist die Situation gefährlich? Wir will not tolerate this kind of behavior here. Lukas has experienced some sort of sudden change a few weeks ago and we cannot control him. He is not himself. He cannot be separated from the camera he carries around his neck and the school psychologist has informed that he confesses, the camera whispers, things that only he can hear. Okay. There is nothing else we can do under the circumstances, namely disturbing drawings, self-inflicted wounds made with school supplies, punching and kicking, swearing and even biting his classmates. Oh, my God. We want to let you know that the family of the boy who stepped... Who was stabbed? Was? Went to the police station this morning to press charges against the child. Da ging die Türgat auf, ich hab Angst. Okay, also unser Sohnemann ist aus der Schule geflogen, weil er, ähm, komische Sachen gemacht hat. Ich finde das gerade... Ist das hier vorhin schon so dunkel gewesen? Hallo. Die Tür war... Ist die nicht gerade aufgegangen? Nee. Das Ding ist da gewesen. Meine Güte. Können wir auch noch mal an. Huh. Ich muss mich dran gewöhnen, die Maus ist nicht so arg. Huh. Huh. Oh, Taschi. Oh, Gott, danke, dass du mich drauf... Warte, warte, warte. Danke, dass du mich drauf hinweist. Oh, Gott. Sorry. Äh, wenn ich dich nicht hätte... Willst du mein Mod sein? So, geändert. Alles easy. Alles easy peasy. Äh, schön, dass du da bist, Taschi. Uh. Oh, Gott, hätte ich fast vergessen jetzt. Meine Güte. Das war jetzt der große Schocker eigentlich, dass ich es noch auf das Chatting habe. Die Tür ist jetzt auf. Hallo? Wohler, Freud. Point, shoot, print, check. Äh, was? Ich wollte die gerade schütteln. Habe ich ein Inventar? Habe ich tatsächlich mit Tab? Inspect Item. Na gut, den Karton muss ich nicht schütteln. Das macht keinen Sinn. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ach, nochmal Tab wahrscheinlich. Okay. Hey, danke, Taschi, nochmal danke. Was ist denn hier los? Es ruckelt es bei euch, Taschi, wenn du gerade mal kurz antworten kannst? Ich habe das Gefühl, es ruckelt, weil bei mir im OBS ruckelt es auch. Ich kann aber in dem Spiel nicht wirklich was einstellen. Oh, das gleiche Foto. Die hat doch gar keine Augen, ne? Oh, ist das schon? Ist das? Oh! Lasst mich doch erstmal in Ruhe gucken. Die hat gar keine Augen. Heute hat jeder das falsche Game drin. Bin ich jetzt überall Mod? Bist angestellt, Taschi. Aber echte Slack, das ist ja doof. Was mache ich denn jetzt? Aber wenn ich langsam bewege, geht es, ne? Ich kann halt, ich habe aber halt nichts zum, zum Einstellen. Es gibt hier keine Einstellung. Ich kann ja ein Ding machen. Und in OBS habe ich nichts umgestellt. Also, der sagt doch, dass so alles okay ist. Ich habe auch keine 100% Auslastung oder so. Ah! Uh, ich wollte mir das Foto erst mal gucken. Ach, das ist unser Opa. Wer sind wir denn? Albert Maxwell. Ist das unser Vater? Ach, nee, das ist er. Das ist also der Vater, äh, der Opa. Warte mal, sind wir? Hört auf damit! Sind wir, Lucas? Ich will da eigentlich nicht durchgucken. Ich will mich erstmal mal umgucken hier. Hör auf zu lenken, ganz einfach. Ach, ja, genau. Ja, zu lenken. Hier ist nochmal. Ich erinnere mich trotzdem, wie viel es das Ding wehlt, zu tragen. Oh, wir sind Luca, okay. Aber wie kommt es hier? Das ist ein Bahnhof, ja. In local news, the remaining belongings in the Hale family estate were finally auctioned, bringing in nearly 3 million dollars. Among the auction items were paintings by Picasso, as well as some gold and diamond jewelry. Most noteworthy was Miss Hale's precious instant camera, which has finally found a new owner. It's been 30 years since the notorious multiple murders, and in spite of numerous auctions of the family assets, no one had previously purchased her camera. For viewers unfamiliar with the story, Madison Hale killed her own family during a witchcraft ceremony. She was then fatally shot in the stomach by a police officer who had confirmed in the act. And now for the mother. Okay. Aber wer heißt denn nicht Hale? Oder hat die Hale, also die Madison, unsere Familie ausgelöscht? Ich hab das grad gar nicht auf den Weg gekriegt. Okay. Das haben wir hier. Abgeschlossen, wir brauchen einen Code. Okay. Wie immer. Okay. Können wir vielleicht irgendwas fotografieren in den Code zu filmen? soll wir den Stuhl vielleicht nehmen? Okay. Okay. Wir müssen hier noch irgendwas... Sollen wir den Stuhl vielleicht noch mal? Ich will jetzt halt auch nie sinnlose Fotos verknüpfen, aber der Stuhl sieht so offensichtlich aus. Uh, alles klappt. Alles klappt. Ach nee, warte. Das entwickle ich noch. Der Stuhl ist aber hier weg, ne? Ach nee, der schwebt da. Okay. Das heißt, wir können hier wieder raus. Und hier ist es arschdunkel und wir haben kein Licht. Aber wir können doch bestimmt jetzt... Wieso ist denn hier kein Licht mehr? Nein, jetzt geht... Oh. Oh, hallo. Uh, wieso deckst du dich zu einem bisschen kalt? Uh. Okay, hier kommt aber das Foto, denke ich mal, hin. Ähm, das hier. Wie kann ich das denn jetzt... Ach nee, warte, das muss ich... Ich will nicht über... Nein, warte. Falsch gedrückt. Okay, also er will sich erst mal woanders umschauen. Okay. Wir haben immer noch die Tasse hier, die wir nehmen können. Die kann ich aber nicht einstecken. Was ist denn das hier unten? Kann ich crouchen? Natürlich nicht. Springen wahrscheinlich auch nicht. Ach, jetzt ist die Uhr wieder da hinten. Oh, jetzt geht das... Das geht bestimmt gleich aus. Ne, doch nicht. Okay. Ein Nagel. Was will ich denn mit einem Nagel? Achso, ich brauch den Nagel bestimmt, wenn ich das Foto rein... Halleluja! Mach doch nicht so ein Quatsch, Mensch. Ja, einfach drangesteckt an die Wand, ne? Easy. Alles schick, Opa? Sollen wir davon vielleicht mal ein Foto machen? Oh, okay. Beautiful. Wieso zeigt denn der jetzt auf mich? Aber nicht auf hinter mich, oder? Ich möchte mich nicht umdrehen jetzt. Nein. Okay. Augen. Oh. Hallo. Na, ne Tür. Hör doch mal auf mit dem Krach da. Wieso kann ich jetzt... Okay, ich muss also noch was finden. Mehr habe ich nicht. Okay, ich muss also noch was finden, um die Tür zu öffnen. Kann ich hier vielleicht nochmal was nehmen? Nein. Okay. Ich kann die aber nicht mitnehmen, ne? Ne. Okay. 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 Es stört mich, dass ich die mitnehmen kann. Muss ich in den Raum... Ach, warte mal. Wir können ja hier auch noch durch. Das habe ich total vergessen. Okay. Okay. Aber wer war denn diese Figur da gerade, die uns da so erschreckt hat? Wer war da denn? Also ich hoffe, es ist nicht bei jedem Spiel so leckend. Es wäre echt dumm. Es leckt jetzt nicht extrem. Ich versuche, die Maus langsam zu bewegen. Aber es ist halt auch nicht... Mir gefällt das nicht. Oh, das war es schon. Tatsächlich. Das war es schon. Oh, das wird gut. Ich glaube, das wird gut, das Spiel. Aber ich habe halt das Spiel schon ewig auf der Wunschliste. Hallo Katrin, du hast gerade Madison verpasst. Aber alles gut. Ach, schade. Das Spiel wird gut, aber ich habe es halt schon ewig auf der Itchio-Wunschliste. Also hier auf dieser Collection, die du da machen kannst. Ach, Mensch, schade. Schade, das hat mir gefallen. Das ist eine Early Development Demo. Das ist eine Early Development Demo. Das ist eine Early Development Demo. Ja, okay.